Chinesischer Volkstanz völlig neu interpretiert. Gezeigt wird die Ernte, und zwar sauberer Luft. Wenn man diesem Video Glauben schenken darf, gibt es die nur noch in wenigen Randprovinzen Chinas. Dort kann sie mithilfe von Dosen abgeschöpft und konserviert werden. Frischluft in Dosen, das ist eine Aktion, die auf die Luftverschmutzung in Chinas Städten aufmerksam machen soll. Ausgedacht hat sich das Ganze der Multimillionär Chen Gangbao, ein Umweltaktivist mit Hang zur Selbstdarstellung. Mitten im Smog geplagten Peking verteilt er seinen dosierten Sauerstoff. Ich verkaufe diese saubere Luft, um alle daran zu erinnern, dass wir unsere Umwelt schützen müssen. Diese Aktion ist natürlich übertrieben, aber sie soll allen zeigen, dass, wenn wir nichts gegen Luftverschmutzung tun, in zehn Jahren unsere Kinder mit Gasmasken herumlaufen werden. Der Smog in Chinas Hauptstadt hat im Januar Höchststände erreicht, mit Feinstaubwerten, die häufig 20 Mal höher liegen als der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Kinder, Alte und Kranke sollten in den Häusern bleiben, rieten die Behörden. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser füllten sich mit Patienten, die über Atemwegsbeschwerden klagten. Mit seiner Luft-in-Dosen-Aktion will der Multimillionär auch gegen die Untätigkeit der Behörden protestieren. Rund 60 Cent soll eine Dose kosten. Das Geld fließt laut Gangbao in die Provinzen zurück, in denen die saubere Luft im vergangenen Jahr so elegant geerntet wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017